Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ja gleich beginnt auch schon das Live-Kommentary, das im 24-Stunden-Stream entstanden ist. Ich hab mir die Nuklear-Leute so zusammengeschwitzt und ich dachte mir, komm ich muss auf jeden Fall hochladen, weil davor hatte ich so viele Fails, ich bin glaube ich locker 10 Mal oder so kurz vor Nuklear gestorben. Und es war einfach zu lustig, wie meine Hände Leute da geschwitzt haben, der ganze Körper hat geschwitzt. Ich hab danach den Controller, ich glaube das sieht man sogar, dann bei der Facecam, den Controller Marcel in die Hand gegeben und er hat, alter, Leute, der Controller war so nass und dann dachte ich mir, ich muss es auf jeden Fall zeigen auf meinem Kanal und ja, die Qualität ist jetzt nicht so gut, wie gesagt Leute, weil wir mussten es ganz aus dem Stream downloaden und ja, aber ich denke, man kann es hier auf jeden Fall trotzdem geben, ich hoffe, es wird euch gefallen, haut rein, bis zum nächsten Mal, lasst auf jeden Fall am Ende Bewertungen da, falls es euch gefallen wird und ja, ich will nur sagen, viel Spaß mit dem Live-Kommentary, haut rein! Ich hab den Avatar einfach 1-2-1 kopiert. Von wem? Von dir. Achso, ja, ja. Wie er es genau gespielt hat. Auch mit Headset auf, sogar. Damit die Leute glauben, oh Marcel's Copy hat ein neues Video aufgeladen und dann klicken die direkt. Aber das bin dann ich. Weißt du? Gut, das hakt dich eigentlich. Dein Banner ist auch krass. Geil, ne? Mhm. Du musst runter scrollen zu Justin Bieber, oder? Oh mein Gott. Ja, ist krass. Richtig krass. Richtig krass. Hörst du aufs Freak, Anton? Oh ja, er schwitzt. Ne, nicht so hoch. Wie ihr mit C4-Gefekt seid? So geil, ich liebe C4, Mann. Ich wusste, hä, ich hatte Autos so zu viel, hast 100% dachte ich, du hast das. Schön. Ohohoho. Jetzt lernst du es langsam. Jetzt kämpfst du noch den, der kann eh nichts machen. Er ist eh tot, jetzt leben der Toter. Genau, genau so. Da geht noch... WUAAH! Wow, hast du es gesehen, Alter? Fuck yo, mein Gott, Alter. Sehr schön, Alter. Scheißen, ey. Scheißen, immer. Ist er gestorben? Ne, ne, jetzt richtig witzig. Oh, überlebt. Skrupellos, meine Freunde. Na, den Orbit solltest du jetzt bekommen, Digga. Oh, das wird schwierig. So einfach. Komm, teammate, lauf vor. Lauf, Schlampe. Oh, ich schwitze so. Ich hab noch nie so geschwitzt für. Ich spür's, wie du schwitzt. Genauso schwitze ich auch immer, wenn ich ein Zorabelt bin. Dann nimm die Lüge-Lager einfach rein. Schön. Oh Gott, ich muss skaffen! Ja! Oh, 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 oh. Hier, und er hat den Stream eingeschaltet. Nein, nein, man hört es doppelt, weil ich ihn, weil ich ja neben ihm sitze. Wenn er so schreitert, hört man ihn durch. Mich auch. Wir sind dabei in Skype, das ist ja das Witziger. Oh Gott, meine Hände sind nass. Ananas. Er kämpft so. Oh, ich hab dich so zusammengetreten, wenn du da gestorben hast. Geh, geh nicht raus. Er kämpft doch! Oh, oh mein Gott, wie den gebumst. Das ist nice one. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Lauf, Barca. Barca. Piska, Barca. Spawn gleich hinter dir in deine Arschhöhle. Und wie er runterkommt, der wix. Ich bin hinter dir gespawnt. Krieg wie so ne dreckige Nacktschnecke. Ich bin hinter dir in die Jungs. Die Jungs. Oh, 차. Oh. Das ist schon mal real. Ich bin hinter dir in die Jungs. Der wix. Ich bin hinter dir in die Jungs. Ich bin hinter dir in die Jungs. So ein granoses Planung. Der wix. Ich bin hinter dir in die Jungs. dann wurden müssen wir ob das überlegt hat dass er überlegt wird das durch nicht überlegt weil ich kann nicht reden überlebt alles hat er überlebt wenn er die nukleär macht mehr er so brutal ist ein Kiel zum Orbit er kann ich schwitze immer wieder Menschen so schwitzen sehen jetzt mehr als ich Prozent bis zu überlegen ich glaube so ist es es wird schon aber es gibt ja im Krieg wenn die erste für dich oder ja die erste in der Leyen ich hab so geschwitzt ne ich hab ja okay er macht so zwei Stunden schafft kein Nuklear ich mach das erste Runde hab ich nuklear gemacht vorhin nein doch er hat so zwei Stunden sechsmal brutal gehabt oh Gott irgendwie voll leid hat er geschafft ne noch nicht wie viel hat er noch Zeit alter ja da hat das endlich da um ein oder zwei direkt quitten quitte direkt alter nimm ihn wieder man ja da